Der VZ Wiesbaden hat den Vertrag mit Karolina Bednarowa um ein Jahr verlängert. Caro, warum wolltest du denn gerne beim VZB bleiben? Ganz ehrlich, ich hatte wirklich keinen Grund in Wiesbaden wegzugehen. Ich fühle mich hier als Spielerin, auch als Mensch gut aufgehoben und willkommen und super wohl unter der Leitung von Nicole und Dirk. Deswegen, wenn beide Seiten zufrieden sind, dann haben wir alles richtig gemacht. Sehr gut. Nicole, warum wolltest du denn, dass die Caro bei uns bleibt? Ja, Caro ist nach einem Jahr Auszeit bei uns richtig gut gelandet. Vom Mensch her wussten wir so ein bisschen, was auf uns zukommt und sie hat es nur noch doppelt und dreifach bestätigt. Sie ist eine wichtige Spielerin, eine wichtige Persönlichkeit für unsere Mannschaft und auch für unsere weiteren Ziele. Daher sind wir sehr, sehr froh und glücklich, dass Caro bleibt. Caro, jetzt am Montag geht es gegen Potsdam im alles entscheidenden Spiel. Worauf können sich die Fans freuen? Ich würde den Fans eines gerne sagen, wir haben eine lange und richtig intensive Saison hinter uns mit ein paar Tiefen, aber viel erhöhen Punkten. Und ich hoffe, dass es am Montag noch lange nicht vorbei ist. Da drücken wir die Daumen. Alles Gute für euch.